Dinger, lass mal gleich los oder? Der Typ ist super komisch Ich kenn den von Rewe, der hängt ja immer hinter der Kasse rum und fragt die Jugendlichen, ob er ihn Alkohol kaufen soll Echt oder? Ja, so sieht auch aus Böse vor der Schule sitzen, wir sind diese Jugendlichen Morgens in der Bude kiffen, abends zu viel Fusel trinken Gruselige Jugendliche, wer hat ein Problem? Jeder braucht vier U-Bahn sitzen, ich glaub du musst nehmen Gruselige Jugendliche, Omas haben Angst Schlechte Laune, gute Mische, go up, party roll Fick den Jugendrichter vor der Tür, ein jugendlicher Hausflor wird so zugekifft, sodass du dir denkst, gruselig Shuffle in den Leuchteschuhen, frag dich, was wir heute tun, oder? Ich bin seit 1999 cool Wir haben beide keinen Führerschein Fühlt sich an, als wird das früher sein Ich hab mein Abitur jetzt schon zweimal geschafft, aber ich war schlau und hab's nicht einmal gemacht Ich schwöre dir, mein Direkt, der war einfach der Spaß Deshalb hab ich 2000 seine Scheiben zerkraten Ganz jeden Fragen, der dabei war, der lacht Endenach hab ich dem Trottel in die Allfahrt geklaut Böse vor der Schule sitzen, wir sind diese Jugendlichen Morgens in der Bude kiffen, abends zu viel Fusel trinken Gruselige Jugendliche, wer hat ein Problem? Jeder braucht vier U-Bahn sitzen, ich glaub du musst stehen Gruselige Jugendliche, Omas haben Angst Schlechte Laune, gute Mische, Koma Party-Bahn 30 Jahre alt, ich bin dieser Jugendliche Sagt, wer hat die meisten Joints geraucht in der Schulgeschichte? Keine Ausbildung, denn ich bin ein Lebemann Oh, du bist auf Lautsprecher, rufst du mich bei Rewe an? Hau mir noch ne Schraube rein, alleine auf der Couch daheim Wheelie auf mein Mountainbike, sie zieht dich ab bei Counter-Strike In meinem Lebenslauf steht, ich mach Bier mit Zähnen auf Ich glaub ich hab Termin beim Abend Oh, Digga, ich steh nicht auf Nein, ich steh später mit nem Schädel auf Entschulden, weil er spät die Frau, doch Padajoch, ich red mich raus Gruseliger Jugendlicher, Omas haben Angst Kennen keinen Tracks, noch habe Tupac Poster an der Wangen Was ist denn, der Typ ist über 30 oder so, um, keine Ahnung Digga, den Schwerter? Ja, ich weiß auch nicht, Digga, ich spreche nicht auf seinen fucking Schwertern Also das letzte Mal, als wir hier waren, hat er so drei Stunden über Herderinge erzählt Gruselige Jugendliche Wer hat ein Problem? Jeder braucht vier U-Bahn-Sitze Ich glaub du musst stehen Gruselige Jugendliche Omas haben Angst Schlechte Laune, gute Mische Go aparte, wollen! Gruselige Jugendliche Wer hat ein Problem? Jeder braucht vier U-Bahn-Sitze Ich glaub du musst stehen Gruselige Jugendliche Omas haben Angst Schlechte Laune, gute Mische Go aparte, wollen! Gruselige Jugendliche Wer hat ein Problem? Jeder braucht vier U-Bahn-Sitze Ich glaub du musst stehen Gruselige Jugendliche Omas haben Angst Schlechte Laune, gute Mische Goa Party